Die Stadt Ahrensburg ist bekannt für ihr berühmtes Renaissance-Schloss und geht mit ihrer Geschichte bis auf die Zeit des Mittelalters zurück. Hier leben etwa 34.000 Einwohner, wodurch Ahrensburg die größte Stadt im Landkreis Stormahn ist. Sie liegt nördlich von Hamburg, gehört aber bereits zu Schleswig-Holstein. Nicht weit entfernt ist das Naturschutzgebiet Stellmoor-Ahrensburger Tunneltal zu finden, so dass sich Stadt und Natur harmonisch vereinen. Ahrensburg besitzt eine erstklassige Lage zum Wohnen und Leben und ist häufiges Reiseziel vieler Naturliebhaber und Kulturinteressierter. Auf dem Immobilienmarkt sind die Wohngebiete sehr begehrt. Hier leben Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansprüchen an ihren Wohnraum, große und kleine Familien, Alleinstehende, Paare und Wohngemeinschaften. Ahrensburg gilt als erholsamer Vorort mit einer hervorragenden Infrastruktur und gut ausgebauten Bahnstrecken. Die Stadt besitzt einen Regionalbahnhof und ist Teil der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck. Außerdem ist sie an das Hamburger U-Bahn-Netz angebunden und besitzt zwei Haltestellen der Linie U1. Auch die Autobahn A1 ist schnell erreicht und erlaubt wunderbare Ausflüge an die Ostsee und den Timmendorfer Strand. Ebenso ist sie ein wichtiger Wirtschaftsstandort mit Gewerbegebieten und Flächen für die Neuansiedlung und Erweiterung von Unternehmen. Die Stadt verfügt über Grundschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen, besitzt zwei Förderzentren und eine Volkshochschule zur Weiterbildung. Es gibt ein Jugendzentrum, viele Kinderspielplätze, drei evangelische und eine katholische Kirche. Gerade die verschiedenen Wohngebiete befriedigen unterschiedliche Bedürfnisse und reichen von preisgünstigen Wohnungen und Neubaugebieten über Anliegerstraßen in ruhiger Lage bis zu Villenvierteln und Häusern, umgeben von alten Gärten. Das Angebot ist breit gefächert. Die Geschichte der Stadt reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Die Grafen von Schauerburg gründeten das Dorf Woldenshorn, das später zu Ahrensburg umbenannt wurde. Die umliegenden Dörfer waren Teil des dortigen Zisterzienserklosters Rheinfeld, wodurch Woldenshorn zum Sitz des Klostervogts wurde. Ihren Namen erhielt die Stadt durch die Burg Ahnesfelde, auch Arx-Arns-Burga genannt, die im 11. Jahrhundert erbaut wurde. Aus ihren Steinen entstand später das bekannte Renaissance-Schloss. Das heutige Ahrensburg ist in seinem Charakter zum Teil historisch geprägt, zum Teil modern konzipiert. In den 50er Jahren fand eine länderübergreifende Regionalplanung statt, sodass Ahrensburg den Schwerpunkt der Aufbauachse Richtung Bad Oldesloe bildete. Die Stadt punktete durch den Grundstückserwerb und erleichterte den sozialen Wohnungsbau. In den 70er Jahren entstanden Hochhäuser, Einzel- und Reihenhäuser, wie sie im Stadtteil Ahrensburg-West zu finden sind. Die Siedlungen verdichteten sich, Kanalisation und Verkehrswege wurden ausgebaut. So bietet der Ort eine hohe Lebensqualität und ist gleichzeitig eine attraktive Stadt im Grünen. Neben dem historischen Stadtkern bildet das neue Rathaus mit dem Rathausplatz ein zweites Zentrum. Das Leben ist hier sehr abwechslungsreich, mit diversen Freizeit- und Kulturangeboten. Ebenso ist der Ausflug in die Natur möglich, mit der unberührten Landschaft im nahegelegenen Naturschutzgebiet. Auf einer Fläche von 339 Hektar warten Quellflüsse, Wanderwege und eine vielseitige Flora und Fauna. Das Tunneltal entstand bereits gegen Ende der letzten Eiszeit vor etwa 15.000 Jahren und zeigt Feuchtbiotope, Wiesen, Feldgehölz und Niederwälder, die optimal für die Tier- und Pflanzenwelt sind. Eine der schönsten Sehenswürdigkeiten ist das Renaissance-Schloss als Wahrzeichen der Stadt. Es wurde 1595 als Wasserschloss erbaut und diente als Herrenhaus für die Aristokratie. Heute ist es ein Museum und besticht durch die historische Kulisse mit Gewölben und Schlosskeller, durch den Schlosspark und das edle Interieur. Neben der umfangreichen Ausstellung im Inneren finden hier auch viele kulturelle Veranstaltungen statt, die von Messen und Konzerten bis zu öffentlichen Kinovorführungen reichen. Besondere Highlights von Ahrensburg. Historischer Stadtkern mit modernen Wohnsiedlungen, hervorragende Infrastruktur und gute Verkehrsanbindungen, abwechslungsreiche Wohngebiete für jeden Anspruch, hohe Lebensqualität mit kulturellem Angebot, Ahrensburger Schloss als Museum und Veranstaltungsort, ländlicher Charakter mit Naturschutzgebiet. Dolberg Immobilien – Ihr Vertrauensmakler für Ahrensburg.